In diesem Video geht es um die besten Kapselmaschinen. Der Qualitätssieger in unserem Kapselmaschine-Test geht an die Philips Senseo HD 6592. Mit Schwallbrühverfahren und patentierter Senseo-Brühtechnologie für die Zubereitung von bis zu 7 Tassen Filter und Padkaffee in einer Maschine. Die Thermokanne aus Edelstahl ermöglicht es Ihnen, bis zu 7 Tassen Filterkaffee zuzubereiten. Ideal für ein gemütliches Frühstück am Sonntagmorgen oder wenn Sie Ihren Kaffee zusammen mit Freunden genießen wollen. Das neue einzigartige Senseo Crema System Crema Plus garantieren jetzt eine noch dichtere, goldbraune und feinporige Crema bei jedem Kaffee. Bereiten Sie Ihren Lieblingskaffee mit der von Ihnen bevorzugten Kaffeestärke und Geschmacksintensität zu. Mit der Funktion zur Kaffeestärke-Einstellung können Sie zwischen einem kleinen, starken und einem milden, normalen Kaffee wählen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der DeLonghi Mini EN 85B. Mit der DeLonghi Essenza Mini EN 85B bietet Nespresso seine bisher kompakteste Maschine ohne jegliche Kompromisse. Die Essenza Mini bietet einfache Bedienung, minimalistische Eleganz und die unvergleichliche Nespresso-Qualität in einem. Damit bereitet man jedes Mal eine exzellente Tasse Kaffee zu. Mit zwei programmierbaren Tassengrößen produziert die Essenza Mini eine exzellente Tasse Kaffee, ganz nach Geschmack. Dank der kurzen Aufheizzeit geschieht dies im Handumdrehen. Die puristische Ästhetik mit geschmeidigen Außenlinie ist eine stilvolle Weiterentwicklung der klassischen Nespresso-Maschine. Mit ihrer ultraleichten und kompakten Form kann die Maschine einfach in jeder Küche und anderen Räumen an verschiedenen Orten aufgestellt werden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kapselmaschine-Test ist die Krups KP 1308. Genießen Sie dank des intelligenten Nescafé Dolce Gusto Kapselsystems eine große Vielfalt an heißen und kalten Getränken in über 30 verschiedenen leckeren Sorten. Dank des besonderen Aluminium-Thermoblocks können Sie schnell und ohne lange Wartezeiten die leckeren Nescafé Dolce Gusto Heißgetränke einfach und sofort genießen. Mit Hilfe des LED-Bedienfeldes mit Wählrad die Wassermenge einstellen und Ihr Lieblingsgetränk bis zum großen XL-Kaffeebecher mit bis zu 15 Bar Pumpendruck ganz einfach zubereiten. Die Lumio ist mit ihren kleinen Maßen eine der platzsparendsten Kaffeekapselmaschinen von Nescafé Dolce Gusto. Sie passt damit besonders gut in kleine Küchen, Büros und Räume, ohne auf Leistung und Kaffeegenuss verzichten zu müssen. Der Kapselautomat ist dank der magnetischen Kapselhalterung nicht nur komfortabel in der Bedienung, sondern durch die Spülmaschinen geeignete und höhenverstellbare Abtropfschale auch besonders einfach und schnell zu reinigen. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.